Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von HardwareTutor.de. Ich bin Timo und zeige euch in diesem Video, was alles beim Reiko BT Vakuum Speaker, einem mobilen Lautsprecher, der über Bluetooth angesteuert werden kann, mitgeliefert wird. Ausgeliefert wird dann diesen Karton, in dem sich dann die Verpackung in Plastik geschützt befindet. Und hier sieht man nun die Verpackung von vorne mit dem Tested by Jupiter Jones Siegel, seitlich der Link zur Herstellerwebsite. Und was auch auffällt ist, dass Reiko auf recycelbare, umweltschonende Verpackungen Wert legt. Wir werden nun die Verpackung öffnen und das erste, was uns gleich schon entgegenkommt, ist hier diese Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen. Darin steht dann etwa, wie man sein Gerät über Bluetooth verbinden kann oder die Musik pausieren kann mit dem Gerät. Zum Aufladen des Lautsprechers wird dieses USB-Kabel mitgeliefert, das man ganz einfach am Computer- oder USB-Ladegerät zum Beispiel vom iPhone anschließen kann. Auch im Lieferumfang enthalten ist dieser Anhänger mit dem Reiko-Logo drauf, wie man ihn auch oft von Messeausweisen kennt. Dann haben wir hier natürlich den Lautsprecher selbst, wozu ich später komme. Und hier noch einen Reiko-Aufkleber. Und zusätzlich ist im Karton dann noch ein Produktkatalog mit allen bei Reiko erhältlichen Produkten, von denen ich auch schon einige hier auf diesem YouTube-Kanal und NewHawk-Kanal vorgestellt habe. Zum Schluss ist hier natürlich auch noch der Reiko Dance BT-Vakuum-Speaker, der in der Stofftasche mitgeliefert wird, wie man es bereits kennt. Und wie man hier sehen kann, ist der Lautsprecher selbst, so ich nehme jetzt gerade mal raus, auch nochmal in Plastik verpackt. Und so sieht nun der Reiko Dance BT aus. Zu der Bedienung, Klang und Fazit komme ich dann im nächsten Video, das ihr dann in der Videobeschreibung oder hier oben verlinkt findet. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.